Ich mitnehze das erste Gefängnis auch noch immer. Ich hab die Überwachungskameras. Äh, schön. Perfekt, oder? Das bringt eigentlich nicht. Und sie haben mich gerade abgeschaut. Wollen wir was anderes spielen? Ja. Ja, ne? Das ist komisch. Das Spiel geht darum, dass du einfach den anderen Tower zerstörst. Bist du runtergefallen? Nö, doch. Oh oh. Ich schieße jetzt nur so ungefähr da, wo du bist. Du bist nur ganz oben. Ja, ne? Ganz oben. Ich schieb sich runter. Ich hab da noch nicht treffen, dann fällt es runter. Ja. 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 Ach, du bist hier gestorben da hinten. Ja. 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 Ja, ganz oben. Ja. Ja, ganz oben. Nein! Nein! Und ich gehe jetzt auf den blauen Tower und lege da ein bisschen Boppen hin, das ist eine Scheiße. Boppen legst da einfach da irgendwo in den Tower rein und hoffst einfach drauf, dass es ist. Ja und übrigens, wenn man den Tower ausschalten möchte, muss man diese Station, wo man gespawnt werden kann, muss man in die Luft jagen. Und jetzt bin ich gefangen auf dem blauen Turm. Toll. Ich spring einfach runter. Nein! Weil wenn man runterspringt, dann wird man wieder gespawnt im gelben. Ja, bin ich wieder da. Wo bist du grad? Mach grad im blauen hier, Koppel. Okay, wir kommen gar nicht mehr hoch. Oh, noch, ich bin hochgekommen, ich bin hochgekommen. Ja, Mann. Alle, ich gehe jetzt auf den roten Turm. Der rot ist zu stark. Der rot ist zu stark. Und dann ist es so. Und die ist gut, ne? Oh, verdammt! Und da hat die grüne Tower. Heitig versucht mich abzufacken. Ja. Da hat die grüne Tower. Heitig versucht mich abzufacken. Da hat die grüne Bombe hin. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hab einen erwischt. Ich hab irgendjemanden erwischt. Ich spring einfach in den grünen Tower rein. Und go. Ich schieße einfach die ganze Zeit. Ich bin irgendwo im grünen Turm drin. Das, liebe Fische, war es an der Stelle komplett. Der Sinn des Spiels ist eigentlich nur, du musst dir einen anderen Tower auch so gefecht setzen, aber du solltest halt nicht unbedingt die ganze Zeit mit Raketen auch einsetzen, weil du brauchst irre lang zum Nachladen. Warum sprengst du den Turm in die Luft? Ja, weil sie auch nicht. Guck mal, die Bombe weg. Die komm ich jetzt hoch. Das muss ich mal so was bauen. Doch, ich muss mal so was bauen. Das ist so eine Mauer. Du kannst dann bauen. Toll, ne? Okay, ich komm doch nicht auf deine Mauer. Ach, schäte ich, ich falle mal runter. Alter, da bin ich. So, jetzt können wir noch eine Mauer bauen. Na wie. So, es fällt dann teilweise... Nein, nein, hast du eine Bombe gemacht? Nein. Oh Gott. Nein. Ich bin doch nicht gestorben. Ich stört ja auch nicht. Hä, da war eine Bombe. Ich hätte ihn sterben müssen. Na ja. Ich baue irgendwas da hin. Ja, genau. Nein. Wer tut denn das da und abreißen? Cool, danke. Ich bin hochgekommen mit dir jetzt. Schaffst du's? Ja. Oh, hat er schiefst deiner... Nimm's Schwert, nimm's Schwert, nimm's Schwert, nimm's Schwert. Ich bin tot. Äh, wem sagst du das? Ach, du bist auch tot. Ja. Deiner hat uns zwei, hat uns beide geholt. Wohin. Oh Gott, Bombe. Ich kette dich. Und die da auch, warum man das ist. Oh Gott, verdammt, geht's gut. Ach, verdammt. Warte. Große Team hat gewonnen, aber jetzt... Ja, meine Frau. Bist du grün? Bist du? Ich bin auch grün. Gut. Da ist der. Oh, was geht's? Okay. Ich bin auf den roten Power, da ist scheinlich viel los zu sein. Da ist bloß irgendeiner... Oha, so das? Ich glaube, der hat keine Ahnung von gespielt. Hey, ich hab mich selber die Luftgeber. Ja, das geht. Das passiert ja auch nur den dümmsten Leuten. Nein, ja, die ersten die Treppen in die Luft und alles. Du einfach ein paar Bomben werfen. Ja, ich... Oh, da war einer, der hat mich erwischt. Verdammt. Nee, ich stand die ganze Zeit auf dem Tower, das hat ihn einfach nicht gejuckt. Und dann, was macht er, dann schießt er mich auch ganz so. Der Kerl da. Wo hast du denn... den holen wir runter? Ich hab's erwischt. Das geht halt immer. Oh, da ist das noch einer. Ich hab noch nicht genug Bomben geworfen. Ja, was schießt du da? Das war ich. Ich fötter den einfach nochmal, den Spock hat. Oder ist noch einer? Egal. Noch ein paar Bömmchen. Pappömmchen. Ich bin grad fast gestorben, wie in so ne Bumbe. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin ein Stock mit Kiefer, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu fliegt. Drenn! Ich sprenge auf alles in die Luft. Dich selber auf! Wie kann das sein? Haben wir den Punkt vernichtet? Die sind ja extrem schlachtig. Die kommen ja nicht mehr hoch. Und ich muss alles vernichten, wo sie vielleicht noch hochkommen können. Oh. Ach so, da ist so ein Lücke. Und dann holst du dich ab. Hier, du hast noch ne Bombe. Und abhauen. Das irgendein Typ. Für den, die noch nicht mehr nach K.O. Lug den bestimmt nicht. Oder es bestimmt wird uns voll abhauen. Dauert es bei dir auch irgendwie irgendwie so lang, wie es das nachgeladen hat? Die Bombe auf mir klappt. Und dann denkst du mal, komm, mach schon, mach schon, mach schon, mach schon. Ich kann mir alles irgendwie gar nicht so schnell nachladen. Und boom, nächstes Ding ist weg. Ich glaub nicht, ich glaub nicht, ich glaub nicht mehr hoch. 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 Und so ist es irgendwie fort. Nee. Nee. Und wir haben noch grün. Ja, die Hälfte von unseren Mitgliedern. Schade. Ja, wir können eigentlich von Rotter Spring. Wollen wir? Ja, na. Jörg. Ich komme irgendwie gar nicht mehr hoch. Ach so, wir sind wie wir dann mehr Grünen, oder? Ja, ja. Kommst du überhaupt nicht? Warum dann kommen? Neueschen. Wirklichmütze. Verdammt. Ich bin ganz unten einfach. Und jetzt mich tot und nicht. Was ist das? Ja lol. Nein! Was ist das? Was ist das? Oh nein, wir sind draußen, schade. Recht rot. Oh, schade. Na dann, mach dich bereit. Das bedeutet Krieg. Ja, ich komme, hol ich. Alter, Alter, Alter! Wie konnte ich jetzt sterben? Einfach nur reingelaufen. Versucht irgendwie... Joga, Gaming Site 1, geh weg, geh weg! Ich habe auch schnell einen Döller geworfen. Aber er ist nie angekommen. Ja, genau. Äh, ja gut. Warst du das jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig angekommen. Das kann gut sein. Aber jetzt... Jetzt ist es halt... Okay. Bei mir ist grad einfach die Letzte von vorne explodiert. Und irgendwie fehlt meine Käppi. Das ist... das ist traurig. Die Käppi ist weg. Ich bin entstellt. Und jetzt tot. Da ist einer vom großen Team. Da läuft einfach durch meinen Power durch. Gott. Jetzt hat er mich getötet. Das... das ist gut. Das ist gut. Bei euch ist gleich alles hier fort. Ähm, bei euch fehlt eine Seite ein bisschen. Kann ja nicht. Schade. Oh, jetzt ist es ganz viel. Ja, du wirst gar nicht wissen, was mir grad passiert ist. Irgendjemand shootet mich die ganze Zeit hier runter. Fuck so ab. Wenn du dich rausgehst, geh mal an den Rand. Und dann taue. Unten. Oder... oder... oder geh mal weiter in den Tower rein. Und schieb einfach ein Loch in die Wand rein. Oder... machen wir einfach halt mit einer Bombe. Und dann schieb sich bei dir rein. Ja, wir haben euch fort. Mein Turmkip! Ja! Wir haben euch fort. Ich lebe ich noch. Ich lebe ich noch. Echt? Ja. Gut. Aber euer Turm nicht mehr, oder? Nicht so wirklich. Ich lebe ich. Also euer Turm nicht fort. Nein. Du bist auch da. So einigermaßen. Also... heiß. Fast nicht. Oh Gott, da schiebt er auf mich. Das bist du, hm? ne ich bin kommen jetzt kann nur noch eine Station gewohnt ich hab doch schnell fortgeschossen was ist das Epic Battle ich hab mir gedacht meine Haare fehlen cool was passiert ja fort gewonnen sehr schön ich bin grad gestorben ja und wenn du das Video schneidest dann schneid so dass ich nicht ganz so dumm überkomme ok ja 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 ja